Herzlich Willkommen zurück zu einer klitzekleinen neuen Sache auf meinem Kanal, Freunde, wir spielen heute eine kleine Runde Milchmann Carlson Und der Milchmann Carlson, könnt ihr euch gerade es runterladen, Link ist wieder immer unten in der Beschreibung, wenn ihr Bock habt Made by youtube.com-dani-dev, schaut da mal vorbei, das ist die Version 0.3 Freunde, da gibt es auf jeden Fall was zu sehen, da bin ich mir sicher Okay, wir starten einfach mal das Spiel, um reinzukommen, Level 0 habe ich schon gespielt, ich bin gerade ein bisschen rumgelaufen, um zu testen, wie dieses Spiel funktioniert Naja, und wie ihr seht, ist das Laufen schon mal mega gut, ja, also, wenn der Typ mal nicht laufen kann, dann weiß ich auch nicht was los ist Guck mal, der sieht auch überhaupt nicht gruselig aus, der Kerl So, und jetzt, guck mal, jetzt spanne ich an, die Muskulatur, oh, okay, ich wollte gerade springen, aber Carlson ist gestorben, okay Das ist blöd, Carlson Okay, jetzt noch mal, auftanken, okay Voller Sprung, und yes, oah, was, oh, was ein schöner Sprung, ein schöner Flip, da kriege ich einen Dollar für Geil Zieht euch das rein, au, 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 okay, zack Level 2, easy, für mich als Den Milchmann überhaupt, oh Alter, den hat es ordentlich weggeschmettert Okay, Leute, wir kriegen das hin, die Ampel ist rot, aber das macht mir überhaupt nichts Guter Jump, guter Jump. Da ist ein Roboter. Oh, Explosion. Das hat so nicht funktioniert. Das heißt, wir müssen irgendwie an die Milch kommen. Wir müssen irgendwie an die Milch kommen, Leute. Ach, der Milchmann. Achtung. Okay, Mist. Okay, das hat so nicht funktioniert. Wir versuchen es nochmal. Komm schon. Milchmann Carlson. Milchjump. Jetzt. Und Doppelsprung. Ne, das hat nicht funktioniert. Aber, naja, wir sind fast im Fenster gelandet. Kann ich die Kiste irgendwie benutzen? Kann ich... Ah, ich kann auch Zeitlupe machen. Achtung. Pass mal auf jetzt. Wow. Oh. Okay. Das hat so noch nicht ganz geklappt. Pass auf. Jetzt warten wir mal. Oh, Moment. Wieso kommen auf einmal drei Autos? Das war aber jetzt so nicht geplant. Komm schon, Milchmann Carlson. Yes. Oh. Ja. Ja. Nein. Ah. Egal. Ich habe es überlebt. Ah. Puh. Okay. Wir brauchen nur ein bisschen Milch. Dann wird alles gut. Freunde. Ein kleiner Schluck Milch bringt uns wieder zurück. Oh. Ah. Okay. Ab ins nächste Level. Yes. Okay. Level drei. Milchmann Carlson kennt sich aus, Freunde. Oh. Moment. Ich rutsche ein bisschen irgendwie ab. Okay. Oh. Ah. Ei, ei, ei. Okay. Moment. Es ist echt nicht einfach. Ich sagte jetzt. Höhöhöhöh. Ist ja doof. Der kann ja nix. Oh. Aber hier drauf zu laufen, Leute. Ihr wisst, es ist nicht leicht, Milchmann zu sein. Der Milchmann hat mit den schwersten Job überhaupt systemrelevant. Und, Achtung, und da sind wir durch. Ah, schön. Hier lernen wir die Basics. Alles klar. Okay. Ich glaube, Milchmann Carlson kriegt irgendwann auch noch. Oh, jetzt wird es hier irgendwie eine Plank Experience oder so. Guck mal da. Da ist die Knarre. Da ist eine Knarre. Oh. Explosion, Alter. Oh. Das war nicht so gut. Okay. Okay, pass auf. Wir versuchen es nochmal. Es ist eigentlich gar kein Problem, hier über diese Planke zu kommen. Okay. Ich bin ein sehr trauriger Milchmann. Ja, sehr schön. Sehr schöne Footsteps. Sehr schön. Roboter, lass mich. Roboter, geh weg. Geh weg. Wow. Okay, Moment. Ich lebe noch. Komm, Milchmann. Milchmann. Oh. Jetzt fällt das Brett runter. Das war so ein skilliger Überlebensmove. Und dann klappt das nicht. Okay. Wir fangen wieder von vorne an. Der Milchmann ist unterwegs. Oh, Mist. Okay. Das haben wir... Oh, das ist echt nicht so leicht. Ich dachte eigentlich, wir kriegen heute hier... Zack. Ich spiele mal eben schnell mit euch durch. Und nehme mal was auf, weil ich gerade ein bisschen Zeit habe. Was ist das denn? Oh, da rutscht das Brett weg. Gibt's ja gar nicht. Ich habe gerade ein bisschen Zeit. Kiesse ist nicht zu Hause. Draußen zieht mega Sturm auf gerade. Okay, okay. Lass mich, Roboter. Lass mich. Nein, lass mich einfach in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Guck mal. Ich interessiere mich gar nicht für den Typen. Bam, 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 bam. Gewonnen hat er. Zack, rein. Nächstes Level. Okay, ich habe meine Knarre. Oh, Moment. Alles klar, pass auf. Jetzt zieht euch das rein, wie ich den Roboter jetzt hole. Achtung, mit Anlauf. Extremer Milchmann Jump. Zeitlupe. Bam, bam, bam. Alter, da geht er ab. Hinter die Mauer. Milchmann Carlsen. Bring mich in Sicherheit, Junge. Bring mich in Sicherheit. Huh, okay. Alles klar. Alter, war das ein Sprung? War das ein Sprung? Okay, oh, da ist noch ein Roboter. Da hat sich noch ein Roboter versteckt. Ich kann die Kamera auch nicht drehen, oder? Nee, ich kann... Oh, Zeitlupe. Da ist mir irgendwie ein Schuss losgegangen, aus Versehen. Boah, Alter, was ein Move. Schöner Move, Alter. Leute, da kann Max Payne aber einpacken hier. Wow. Oh, 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 oh. Oh, uah. Wow. Richtig nice. Bullet Time, Leute. Bullet Time. Okay, wie läuft hier die Brücke hoch? Was ist mit ihm? Okay. Und zack. Bam. Oh, Matrix. Alter. Oh, 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 oh. Mit dem Kopf aufgeschlagen. Das war nicht so schön, Leute. Yes. Okay, nice. Okay, was danzt der da unten rum? Ey, der hat ne, der hat ne, der hat ne Knarre. Bang, Junge. Haha. Okay, Ragdoll Physics ist da. Woo. Ah, guck mal, durch die Milch hab ich aber super Kraft bekommen. Oh, 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 Jason. Gute Milch mein. Achtung. Bam. Oh. Oh. Oh Gott, was ist das jetzt? Riesige Regentropfen. Alter. Da kommt ja eimerweise Wasser vom Himmel. Geiler Scheiß. Ihr könnt's leider nicht sehen. Easy. Easy. Okay, Moment, wo ist das Ziel des Spiels? Wo kann ich... Wie komm ich jetzt weg hier? Okay, was geht hier ab? Oh, oh, oh. Nein, Moment, bleib um. Bitte bleib um. Der Arme hält sich doch noch fest. Oh Gott. Au. Das hat extrem wehgetan. Okay, Moment, aber wo ist das Ziel und wie komm ich da hin? Ich kann bestimmt da hinten auf den Reifen bauen. Und ich bin wieder zu blöd, um es zu checken. Bam. Oh, was ein geiler Sprung, Leute. Jetzt mal echt. Da, 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 da. Bam, 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 bam. Ja. Okay, wir schauen mal hier, ob wir auf den Reifen bouncen können. Wow, wow. Yes, Alter, ich hab ihn erwischt. Er lebt aber noch. Oh. Alter, der Milch, Mann. Leute. Okay, da unten sind noch mehr Gegners. Und jump. Yes, oh, und mit der Milch, Leute. Mit der Milch rettet er sich. Oh Gott. Okay, warte, ganz kurz zur Pause. Okay, da bin ich kurz. Da bin ich wieder. Da bin ich kurz. Da bin ich wieder. Ich hab ganz kurz die Hälfte unseres Hausstandes kurz gerettet. Äh, okay, Moment. Was hat das jetzt hier zu bedeuten? Wow, okay. Mega Glück gehabt. Keine Ahnung, was hier passiert. Ich krieg mal einfach hier so am Rand hoch. Wow, okay. Und jetzt hab ich gewonnen. Wo muss ich hin? Milch, Mann. Bin ich hier richtig? Nee. Ich muss hier einfach auf der anderen Seite wieder runter, oder wie? Ich rutsche einfach mal auf der anderen Seite runter und schau mal, was passiert. Okay, hier ist... Ach doch, hier war was. Nee, muss ich jetzt echt noch rüber? Nee, da muss ich nicht rüber. Da kommt doch kein Mensch rüber. Oh. Aua. Okay, ich glaub, ich muss einfach nur da rüber und die Milch holen. Aua. Aua. Oh. Das Haus stürzt ein. Ah. Oh Gott. Okay, Milch, Mann. Wow. Ich slurp die Milch. Oh, ich slurp die Milch, Freunde. Ich bin irgendwie gestürzt. Oh. Okay. Alles klar. Viel lang hab ich's geschafft. Okay, wow. Alter. Oh. Oh. Okay. Oh. Geschafft. Alles klar. Zeitlupe. Oh. Bam. 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 Oh. Was für gute Moves, Leute. Ah. Au. 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 Oh. Ey. Milch, Mann Carlsen, Leute. Jahrelange Milchauslieferungen haben den Mann einfach unbesiegbar gemacht. Uap. Ah. Okay, richtig gut. Ey, 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 ey. Er wollte mich doch direkt hier ablunzen, der Guy. So läuft das hier beim Milch, Mann. Okay, es gibt einen einfachen Weg da oben drüber und einen schweren Weg unten lang. Okay, aber da ich die Steuerung beherrsche wie kein Zweiter in diesem Bereich hier, nehme ich einfach die Abkürzung und ziehe das Level einfach durch. Yes. Krass, okay. Wow, 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 wow. Was ist jetzt los? Okay, Moment. Au, 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 au. Oh, die Map zieht an mir vorbei und ich stürze ins Nichts. Okay. Uap. Oh, au, 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 ich hänge echt fest, Leute. Yep. Guter Treffer, guter, gut, nein, nicht so gut. Au, das war nicht so gut. Oh, was ein geiler Move. Au, 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 au. Ich bin mit dem Gesicht nur hingefallen. Macht nix. Wir haben es, wir haben es gleich. Au. Ja. Und da gibt es nochmal eine Milch für die, für die guten Leute. Oh, yeah. Boah. Aua, aua. Boah, wie er den Flip macht und dann hinterm Rücken zieht er einfach erbarmungslos die Knarre. Yes. Oh. Okay. Next Level. Wow. Autsch. Aua. Au. Au. Okay. Stop. Stop. Yeah. Au. Das hat nicht so gut getan. Ah. Alter, wie er immer weg auf den Boden klatscht, ne? Ah. Ja, das war schon fast ein richtig geiler Sprung. Ja. Komm schon. Oh, Mist. Okay, ich glaube, ich kann da einfach durch. Au. Das hat echt weh getan. Vorsicht. Vorsicht. Kleiner Milchmann. Ja. Okay, Moment. Ich muss hier irgendwie... Ey, ey, ey. Wer schießt da oben? Boah, Alter. Im Flip. Leute, im Flip. Okay, jetzt pass auf. Drauf. Zeitlupe. Oh. Oh. Boah. Zack. Kling, kling. Junge, Alter. John Wick ist ein Witz gegen den Typen hier. Nein. Nein. John Wick. Oh. Boah. Boah. Okay. Aua. Ich versuche, aber ich kann nicht laufen hier. Ich stecke hier auch irgendwie ganz blöd hinter diesem Auto fest. Aua. Flip. Oh. Schmerz. Okay. Block. Aua. Okay, warte. Wir stehen schon mal gut. Wir stehen schon mal perfekt. Und rüber. Bam. So, habe ich den da oben, habe ich schon mal vor das Gesicht gesmashed. Jetzt habe ich mich irgendwie verletzt. Wie auch immer das passiert ist. Okay. Okay. Oh. Klatsch. Oh. Richtig nice. Leute. Der Milchmann. Nice. 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 Boing. Boing. Oh yeah. Komm, ich nehme die Milch noch mit. Der Super Milchmann Carlsen. Freunde, Milch and Assis stuff. Next Level. Okay, warte mal. Level 11. Geh mal ganz kurz ins Menü. Okay. Es gibt noch ein paar Level. Es gibt noch ein paar Level. Oh yeah. Oh, da ist das Headquarter der Bad Guys. Hier gibt es zwei Knarren. Doppel-Dual-Wale. Alter. Richtig geil. Richtig nice. Boah, 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 boah. Yeah. Der Milchmann. Und seine Armee. Guck mal, ey. So ein sogenannter Sturzschuss. Doppel-Gehändeter. Oh. Aua. Aua. Komm her. Okay, jetzt pass auf. Sie stehen auf der anderen Seite. Boah. Bäm, 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 bäm. Yes. Guck mal, wie er hier durchschlendert. Der Mann hat es einfach drauf. Zack. Und einmal rein damit. Yes. Boah. Rifle. Rifle. Rifle, rifle, oh. Okay, pass auf. Jetzt haben wir es. Achtung. Oh. Zeitlupe wollte ich gerade laut rufen und habe mich gegen die Wand geklatscht. Okay, wartet da oben auf mich. Wartet da oben auf mich, Leute. Aua, haben die mich getroffen? Nee. Achtung. Und. Boom. Bam, 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 bam. Komm, holen die... Jawohl. Richtig gut, richtig gut, richtig gut. Okay. Der Boden ist labermäßig. Oh, ho, 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 unterwegs. Okay. Das habe ich mir selbst zuzuschreiben. Bam, kabam, kabam. Und einmal hier hoch, bitte. Autsch. Okay, jetzt mit Anlauf. Zack. Und nochmal mit Anlauf. Wow. Stop shooting at me. Okay, okay, Moment. Ich muss... Wie kriege ich denn... Wie werde ich denn da hinten den Roboter los jetzt? Hey, Roboter. Tja. Okay, ich glaube, ich... Muss... Oh, da habe ich irgendwie rausgetappt. Da stimmt irgendwas nicht. Okay, ich habe keine Ahnung. Kann ich hier irgendwo lang noch? Gibt es den geheimen Weg? Nee. Geheime Wege gibt es leider nicht hier in dem Spiel. Das war ein Sturz. Der hat geschmerzt. Okay, der andere fällt in die Lava. Okay, ich glaube, ich weiß, wie es geht. Also, ich muss... Meine Sprungenergie tanken. Dann springen. Boah, Zeitlupe. Jetzt geht es ab, Leute. Bam. Oh, 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 au. Oh, warte, da ist noch Milch. Ich brauche noch Milch. Milch brauche ich für die guten Kräfte, um zu überleben. Aua. Das hat echt wehgetan. Irgendwer schießt da unten noch auf mich. Aber es ist mir egal. Come on. Yeah, yeah. Wie er mit den Armen schwingt. Er ist schon echt ein guter Schwinger. Doppel-AK, Leute, jetzt. Oh, ha, ha, yes. Oh, da lebt noch einer. Uh, 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 yeah. Das ist der Milchmann, Leute. Also, wenn hier einer abgeht, dann der Milchmann Karls, ne? Boah, der Doppel-Bounce aufs Brett, wieder zurück. Glitch, zack, tot. Ha, 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 ha. Was ist das da Riesiges? Irgendwas Riesiges fliegt hier durch die Map. Okay, okay. Okay, okay, und jetzt rüber, ganz langsam, soft und sexy. Jetzt haben wir beide Weapons hier. Nein! Oh Gott! Das war so geil. Ha, ha, ha. Das sah so mega cool aus. Ja, komm schon. Buff! Ha, ha, ha. Au, mit dem Gesicht nochmal auf die Kante. Ja, so richtig John Wick-mäßig ist das noch nicht hier. Aber ich geb mein Bestes. Aua. Milch gibt mir Kraft. Okay. Passt auf, Leute. Jetzt kommt da der Milchboy. Zack. Exit ist da lang. Okay, an den Autos vorbei. Na toll. Oh. Ja, Milchmann Karls. Ne, ihr habt geht, Leute. Geil. Wieder mal gewonnen. Wieder mal gewonnen. Holen wir uns noch einen Slurp hierfür. Kriegt mal einen Dollar, ne? Go away! Oh Gott! Huh, Karlsens Kill, sagt er. Pass mal auf, dann hole ich mir schnell die Knarre und dann hauen wir ab. Oh, hier durch den Garten. Durch den Garten der Freuden. Bam, bam. Komm schon. Ja. Ziel war... Oh, 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 oh. Alter, was war das für ein Treffer? Der hat mich richtig ausgenockt. Ich will nicht auf dich schießen, kleiner Robo. Jetzt vielleicht höchstens. Oh. Okay, da oben ist noch einer. Achtung. Jump! Schieß auf den Typen. Los! So zielen kann man im Spiel eigentlich nicht, ne? Okay, okay, pass auf. Ich muss ganz schnell ins Ziel rein. Ansonsten bringt das alles nichts. Das heißt, oder? Oder ich mach von hier oben. Aber müsste doch auch gehen, oder? Was ist mit dem da hinten? Da unten sind noch zwei Dudes. Die wollen es auch wissen. Okay, und vor dem da haue ich einfach ab. Der hat mich gar nicht gesehen. Rein ins nächste Level. Okay, Level 15. Wir rutschen einfach... Oh. Wir rutschen einfach nicht mit dem Ball darunter. Na, wo ist der Ball? Da ist der Ball. Aua. 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 Autsch. Okay. Warte. Das geht noch. Das geht noch. Ich bin noch da. Ja. Wunderbar. Alles gut. Alles gut. Hier sieht es noch nicht so aus, als wollte hier irgendwas explodieren, oder? Okay. Ja, flach hinlegen, Carlsen. Flach hinlegen. Oh nein, ich habe rausgeklickt aus Versehen. Oh. Okay, Milch. Milch bringt den Geschmack, Freunde. Nein. Oh Gott. Wieder von Anfang. Okay. Aber ich kenne mich jetzt aus. Ich kenne mich jetzt aus hier. Ich gehe hier ganz vorsichtig am Buschel vorbei. Hier siehst du mal Buschel. Autsch. Das hat nicht mal wehgetan. Anfängerfelsen. 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 Okay. Das ist nicht so leicht, hier rüber zu kommen. Achtung. Herr Carlsen, bitte. Zu Information. Okay. Und runterrutschen. Stirb da hinten. Roboter, geh. Nein. Nein. Es ist so grausam. Okay, es wird weitergehen, Leute. Es muss weitergehen. Au. Oh Gott. Es hat echt wehgetan. Dann. Okay. Okay. Schönen Flip gemacht. Schöner Flip. Ja. Ja. Okay. Hier hinter dem Baum kann uns nichts mehr passieren. Es ist halt echt. Du musst echt gucken, weil das ist mit der Steuerung. Das ist nicht so leicht, wie man das meint. So, dann einmal hier runter. Au. Über die Schulter. Ey. Wie er schießt. Ne. Das ist. Aber wie kann ich das hier ausbremsen? Oder muss ich in eine gewisse Richtung laufen? Vielleicht eher so Richtung Store? Au. Gegen den Felsen. Okay. Und durch, Leute. Und durch. Yeah. Geiler Scheiß. Leute. Wir haben den Milchmann Carlsen, würde ich sagen, gemeistert. Und wir haben ihn überlebt. Und ja. Geile Scheiße. Link ist unten in der Beschreibung. Könnt ihr euch gerade das runterladen. Selber ein bisschen daddeln, wenn ihr wollt. Ne. Alle anderen Links sind hier im Bild. Unten links. Und unten rechts. Und links, links, links. Ihr kennt euch aus mit links, oder? Freunde. Ich bedanke mich an dieser Stelle, wie immer. Für dieses tolle Erlebnis. Welches wir hier gemeinsam miterleben durften. Geiler Scheiß. Oh. Macht's gut, Freunde. Ich bedanke mich an dieser Stelle, wie immer, recht herzlich fürs Zusehen. Und wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, auch in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Reingehauen. Und ciao.